und ich stürzte mich rückhaltlos in meine Liebe. Du warst nicht mit Blindheit geschlagen wie ich. Wie konntest du zugeben, dass ich in den Zustand gerate, in dem ich jetzt bin? Was hattest du vor mit allem meinem Gefühl, das dir doch streng genommen lästig sein musste? Du wusstest wohl, dass du nicht immer in Portugal sein würdest. Was hast du gerade mich dort ausfindig gemacht, um mich in dieses Elend zu stürzen? Ohne Zweifel würdest du hier im Lande irgendein Frauenzimmer von größerer Schönheit gefunden haben, mit dem du ebenso viel Vergnügen dir hättest schaffen können, da es dir nur um das Gröbste zu tun ist. Sie würde dich treu geliebt haben, solange du in Sicht gewesen wärst. Später hätte die Zeit sie über deine Abwesenheit getröstet, und du hättest sie verlassen dürfen, ohne deshalb falsch und grausam zu sein. Aber was du hier getan hast, das sieht mehr nach einem Tyrannen aus, der unerbittlich hinter einem Heer ist, als nach einem Liebhaber, der sich Mühe gibt, zu gefallen. Ach, wozu diese Härte wieder ein Herz, das dir gehört? Ich sehe wohl, es ist ebenso leicht, mich dir auszureden, als es leicht war für mich, von dir eingenommen zu sein. Abgesehen von aller meiner Liebe und ohne auf die Idee zu kommen, etwas Außerordentliches zu tun, wäre ich imstande gewesen, noch ganz anderen Gründen zu widerstehen, als die gewesen sein mögen, auf die, hin du mich verlassen hast. Alle hätten mir unzureichend geschienen. Es gibt einfach keine, die mich hätten von dir fortreißen können. Du aber benutztest ein paar Vorwände, die sich eben fanden, um nach Frankreich zurückzukehren. Es ging ein Schiff. Was hast du's nicht gehen lassen? Deine Familie hatte dir geschrieben. Weißt du nicht, was ich alles von der meinen auszustehen hatte? Deine Ehre verpflichtete dich, mich zu verlassen. Habe ich etwa auf die meine Rücksicht genommen? Du warst genötigt, dich deinem König zur Verfügung zu stellen. Dann